Der Bien ist eine Installation bestehend aus 1980 dieser Betonbilder und ist letztendlich ein Porträt der Biene oder eines Bienenvolkes, das quasi durch seine Abwesenheit beschrieben wird. Diese Installation versucht durch die Beschreibung der Umgebung, welche sich so in diesen Betonbildern manifestiert, ein Porträt eines Bienenvolkes zu erstellen. Und während dem Asiat Monika-Festival wird die Installation im Mariendom gezeigt.